Guten Morgen, by the way. Spielen. Erster Kontakt. Samstag, 21. Juni, 2000 XX. Hallo? Ich will raus. Vase nehmen. Ach du, ach du, uh. Ich war das nicht. Schublade öffnen. Ah! Ah! Hinterher. Mal auf. Klemmbrett nehmen. Was für ein Klemmbrett? Klemmbrett. Erstes Blut. Töte eine Spinne. Machen wir erstmal zu. Hier kommt keiner mehr raus. So, jetzt sind wir bereit. Hey. Den Tracker holen. Was für ein Tracker? Gut, wo ist ein Wandschrank? Bist du ein Wandschrank? Hier überall diese Einbauschränke. Hier. Hallo? Bist du der Tracker? Mehr Feuerkraft. Bin ich dafür. Hole den Haarspray aus dem Badezimmer. Okay. Hallo? Sind sie das Badezimmer? Jo, Spinne, weißt du, wo mein Badezimmer ist? Ich frage für einen Freund. Hammer. Hey, die lebt noch. Wieso lebt das Viech noch? Hey, was haben die mit einem Fernseher gemacht? Drecksvieh. Was ist das eigentlich? Ah! Ah! Hello Neighbor. Kleines Secret gefunden. Du kleines Drecksvieh. Du kleines Drecksvieh. Du wirst so enden wie all deine Freunde und Familie. Jawohl. Auch eine Spinne? Heute nicht. Oh, hallo. Mit Büchern bewerfen? Okay. Wo seid ihr? Meine Süßis. Ich will euch ja jetzt nicht so nah kommen, aber... Gibt da so Dinge, die wir nicht erledigt haben? Komm her, du Feini. Ey! Schätzlein, komm, 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 putt, 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 putt. Ich tu dir auch nichts. Hallo Süßi. Na? Ey, sag mal, das Ding war teuer. Ich hab dich gesehen. Nein, nicht jetzt bald. Trifft er denn jetzt nicht? Irgendwo ist hier noch eine. Komm, zeig dich. Ach, du Scheiße. Die Badezimmer ist freigeschaltet. Willkommen zum Let's Play von Kill It With Fire. Jetzt geht's. Ach, du Scheiße. Ach, so ein großes Badezimmer. Ein Feuerzeug hole ich jetzt nicht. Vergiss es. Aufwärmung. Hans, jetzt die Flammenwärter. Oh. Wo sind die Spinnen? Wo seid ihr, ihr süßen Viecher? Wo seid ihr? Verbrenne Objekte. Machen wir es richtig? Denn Abfahrt jetzt. Wenn schon, denn schon. Da ist ja eine. Warte, wo ist mein Buch? Wo ist mein Buch? Schnell, wo ist mein Buch? Jawohl. Moment. Jet scan. Hinten in der Hölle. Ja. Ich bin fertig. Und die Bude ist noch heile. Ja, ich bin fertig. Komm, gib mir den nächsten Raum. Ausgeburt des Bösen. Töte Spinnen. Die Vergangenheit ausleuchten. Zerschlage Bilderrahmen. Mit Vergnügen. Das solltet ihr schon immer machen. So nicht, mein Freund. So nicht. Irgend so ein scheiß Viecher ist hier noch. Ich spür dich. Mach auf. Hola. So. So, ihr Kackviecher. Nach Skeletten suchen. Das war ich nicht. Das war die Spinne. Scheiße, siehst du in der Bett. Da müssen wir halt härtere Wege nehmen. Willst du freiwillig rauskommen? Oder willst du ausgeräuchert werden? Hä? Hallo, meine Süße. Oha. Da, 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 da. Das ist mal ein Zimmer, du. Mit dem Greenscreen. Käsebällchen? Ah, das ist ein Köder. Oh, scheiße. Der Greenscreen brennt. Ziel erreicht. Jawohl. Was kommt jetzt da raus? Jetzt bin ich mal gespannt. Ein Schlüssel. Für was der wohl sein könnte. Ich hab mir das irgendwie epischer vorgestellt. Gut, aber ich denke, wir waren hier noch nicht fertig, ne? Meine Süßis. Es wird alles gut. Es tut nur kurz weh. Boah, du Scheiße. Wieso brennt das Scheißviele denn nicht? Wieso lebt das noch? Wo ist das hin? Ich fühle mich hier irgendwie unwohl. Am Obstdingen. Ah. Oh mein Gott. Na, komm her, du Feini. Komm her. Zahlt die Versicherung. Zahle ich aus der Portokasse. Oh nein. Wo ist das Dreckli? Raufschlagen, raufschlagen, raufschlagen. Ähm. Irgendwo stirbt es gerade noch. Hallo? Ah. Hallo, Süße. Okay. Es ist Ruhe eingekehrt. Aber wo ist die andere Rote noch? Du bist langweilig. Ah. Das ist ja Scheißdrecksviecher. Mann. Ich geh erstmal hier hin. Nach Skeletten suchen. Oh mein. Gott sei Dank, Mann. Gibt's ne Pumpkin. Was seid ihr, hä? Wer macht jetzt nicht auch noch den dicken Macker? Komm raus. Jetzt werden hier mal ganz andere Geschöße aufgebahnen. Hör mal. Jetzt nicht mit Arbeit. Ah. Ich glaub, wir haben's entkehrend. Ach, du Scheiße. 15. Hallo. Ich hätte mal erfroren. Vorstadtgeheimnisse. Entdecke einen versteckten Raum. Wird spontan sagen, hinterm Ding ist hier. Ah. Was hab ich dir gesagt? Da ist ja meine Muni. Und eine geheime Akte. Und viel zu viel Reichtum. Ah. Da ist er. Mein Freinies. Hinter dem Bild. Da ist er. Scheiße. Ach nee, nicht ihr Ernst. Jetzt schnell, 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 schnell. Aber das ist nur eine. Ich verschlage Bilderrahmen. Jetzt kommt die andere Wumme. Ich sag's dir. Da kommt jetzt ein Geschoss raus. Ein Panzer. C4. Da ist sich dann vielleicht noch mal drüber reden. So, ich nehme jetzt mein Geld mit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.